Neuseeland, in den Bergen, im Winter, als Gruppe ausgesetzt. Relativ einfach, es ist der Super-GAU. Es ist der GAU. Es geht praktisch nicht schlimmer. Hi guys, oder moin ihr wilden Schmetterlinge. Ja, es gibt wieder Neuigkeiten und wir werden jetzt analysieren. Wir werden jetzt tatsächlich eine kleine Fachanalyse, eine kleine Survival-Analyse machen über den Aussetzort, über den Aussetz- und Spielmodus, über alles, was wir bisher wissen. Und ich habe mir ein bisschen was an Notizen gemacht, das hat mich nicht wundern. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich mir genau aufgeschrieben habe, was ich sagen kann und darf. Also es gibt hier keine Spoiler. Und wenn ich unsicher bin, dann spreche ich das in der Regel mit Leuten aus der Organisation ab. Und zusätzlich gibt es dann so schöne Dinge wie Umrechnungen zwischen SI-Einheiten und Kilokalorien. Das schreibe ich dann gerne vorher auf. Es ist also jetzt wirklich ein Survival-Video. Jetzt geht es darum, eine Analyse zu machen, wie es jemand machen würde, der nicht dabei war und alle Informationen jetzt hat. Also von meinem Standpunkt aus nur, ich vergesse, dass ich vor Ort war. Und es gab ja schon die ein oder andere Analyse, aber was mir jeweils komplett gefehlt hat, war der Survival-Blick da drauf. Und das wollen wir heute machen. Ich bin heute extra so ein bisschen zur Seite geruckt, dass wir hier auf der Seite dann ein Video einspielen können, an dem die relevanten Stücke immer da sind. Da auch immer diese Vorbemerkung. Ich werde dieses Video fast ungeschnitten hochladen, einfach aus Zeitgründen. Und du wirst, ihr werdet, ich werde nie wieder du sagen, ihr werdet in Kürze verstehen, warum und was wir gerade machen und warum das so ein bisschen dauert. So, das als notwendige Vorbemerkung. Wichtige Fragen von euch an mich, die ich noch kurz beantworten möchte. Hat sich meine Meinung bezüglich des Projektes verändert, jetzt wo ich selber dabei war? Prinzipiell nein. Warum? Ich hatte das Aussetzen und das Projekt selbst immer in etwa so eingeschätzt, als sehr aufwendige Survival-Sendung. Was sich nicht verändert hat, ist meine Einschätzung über die Fehler in der Staffel 2, die ich bewertet hatte. Und wenn sich jemand eine Höhle, eine einsturzgefährdete Höhle im Spülsaum sucht und dort drin bei Hochwasser liegen bleibt, oder jemand ungereinigtes Wasser in den Tropen trinkt und dann Dünnpfiff bis zum Gehtnimmer bekommt, dann ist es einfach extrem falsch. Und das sind einfach Fehler, die dürfen vor Ort nicht passieren, die sind lebensgefährlich oder können zu schweren Erkrankungen führen und damit auch zum Ausscheiden. Das ist also das Gegenteil von Survival und dementsprechend hat sich damals meine Meinung überhaupt nicht geändert. Die Gegenfrage war, fühlst du deshalb keinen Druck wegen möglicher Fehler? Dann schauen ja alle darauf, dass du Fehler machst. Wenn ich Fehler mache, also konzeptionelle Fehler, Survival-Fehler, gerne, dann können wir darüber reden, dann haben wir einen Diskussionspunkt und das ist ganz, ganz wichtig. Wir können nur durch Fehler lernen. Das war, glaube ich, der erste Satz, den ich, oder der zweite Satz, den ich in meiner Analyse zu Staffel 2 gesagt habe. Nur, was ich wirklich nervig finde, ist, wenn er, hm, der Herr Vogel hat da einen Komma vergessen, also als jemand, der so kritisch ist, da ist er ein Fehler. Also, wenn irgendjemand dann irgendwelche Lapaien-Fehler, der große Joe-Vogel hat da einen Fehler gemacht, das ist müßig. Gesundheit, das ist müßig, da kann ich dann auch nichts machen, als nicht darauf zu reagieren. Aber wenn ihr wirklich Fehler seht, konzeptionelle Fehler, Dinge, die man in dieser Situation anders hätte einschätzen müssen und anders machen müssen. Also, mein Beispiel ist, im Spülsaum campieren oder schmutziges Wasser trinken, obwohl es keine entsprechende Einschätzung gab oder das Wasser dann dazu führt, dass man Durchfall bekommt. Dann gerne kommentieren, dann gerne kritisieren, dann können wir das Ganze aufarbeiten, dadurch lernen wir. Und deshalb lade ich auch alle ein, ob es jetzt Ben, also Mann im Wald oder Jackknife-Mathes aus dem hohen Norden ist, gerne kommentieren und Fehler analysieren, die gemacht worden sind. Nur so kann ich mich auch weiterentwickeln. Nächste Frage, bist du Einzelgänger? Also, Nummer 1, ich komme sehr gut mit mir klar, ich komme sehr gut mit mir über lange Zeit klar. Klar, wenn ich in der Diada zu zweit auf einer Expedition bin, da spricht man nicht viel, da ist man alleine mit sich selbst, mit seinen Gedanken und arbeitet zusammen. Aber das ist, ja, es ist keine Sache, wo man da die ganze Zeit am Schnattern ist. Und ich habe 20 Jahre lang Seminare geleitet und das hätte ich nicht machen können, wenn ich Einzelgänger bin. Und vor allem bekommt man dann doch eine gewisse Empathie-Erfahrung, sonst wären auch die Teilnehmer nicht immer und immer wieder bei mir auf den Kursen aufgeschlagen. So, und jetzt geht es um alles, was wir über Seven vs. Wald jetzt wissen. Neuseeland in den Bergen im Winter als Gruppe ausgesetzt. Relativ einfach, es ist der Super-GAU. Es ist der GAU. Also, es geht praktisch nicht schlimmer. Es ist alles, was wir bisher gesehen haben, absolut schwierig. Viel, viel schwieriger, als wenn man am Strand ausgesetzt wird oder wenn man alleine ausgesetzt wird. Gruppenaussetzung hat Vor- und Nachteile. Das kann zu einem sehr, sehr großen Risiko werden. Das kann aber auch Vorteile haben. Also, fangen wir mal an. Man kann in einer Gruppe die unerfahreneren Teilnehmer führen und sicherstellen, dass sie sich nicht verletzen, dass sie nicht die ganz großen Dummheiten machen. Dinge, die man beispielsweise auch in Staffel 2 gesehen hat. Dass man sich nicht vergiftet, dass man nicht abstürzt, dass man, keine Ahnung, eben keine lebensgefährlichen Fehler macht. Hat man ein bisschen als erfahrenerer das Auge drauf und kann dementsprechend mithelfen, diese Fehler zu reduzieren. Ich hätte gar keinen Bock da drauf. Das sage ich also ganz offen. Ich bestätige damit nicht, dass ich weder bei der Gruppe geblieben bin, noch dass ich von der Gruppe weggegangen wäre. Das ist jetzt wirklich der Blick von mir als Trainer, als Survival-Erfahrener auf dieses Setting. Also, es hat seine Vorteile. Nachteil, ganz klar, Konfliktpotenzial. Insbesondere, wenn Leute dabei sind, die ihre eigenen Grenzen nicht verstehen oder nicht verstehen, wo sie nicht in der Lage sind, den Ernst der Situation zu verstehen. Und da gibt es in diesem Setting, wie wir es haben, einfach ganz wenig Spielraum. Auf irgendwelche Einzeldarstellungen oder auf irgendwelche Blödheiten, die man da macht. Man muss ganz, ganz sauber strukturiert die Survival Essentials abarbeiten. Fire, Water, Shelter, Food. In variabler Reihenfolge. Je nachdem, welche Ressourcen vorhanden sind. Ressourcen ist zum Beispiel ein Fluss. Ressourcen sind Bäume. Ressourcen sind das Flugzeug und die Dinge, die man im Flugzeug findet. Und darauf ist erstmal Konzentration zu legen. Warum hätte ich darauf keinen Bock? Ich habe das Ganze, wie gesagt, 20 Jahre lang als Survival-Schule gemacht. Ich habe bei jedem Wetter, im Winter, im Sommer, in allen möglichen Regionen Leute über teilweise 10 Tage geführt. Ganz interessant ist auch das Projekt Schwarzwaldcamp. Das ist derzeit hier auf dem Kanal veröffentlicht worden. Das ist auch so eine Art Seminar, wo man halt einfach merkt, wie Bleien bei Kälte, bei Hunger, bei Stress reagieren. Und das sind durchaus wichtige Faktoren, die man da braucht, wenn man mit so einer Gruppe ausgesetzt ist. Und darauf hätte ich keinen Bock mehr. Und ich habe einfach auch gelernt, was diese Gruppen an Ressourcen fressen. Das ist unglaublich. Man unterschätzt das komplett, wenn man nicht regelmäßig in diesen Situationen war. Welche Ressourcen eine größere Gruppe benötigt. Und das ist so prekär, so problematisch, werde ich gleich hier euch ganz dezidiert aufbereiten. Dass es da keinen Spielraum für irgendwelche Hampeleien gibt. Das ist einfach so. Sonst werden Menschen wirklich mit dem Leben bedroht. Und das ist kein Scherz. Wir sprechen hier von einer Situation, wo Unerfahrene sterben können. Und zwar völlig egal, ob die einen InReach dabei haben oder nicht. Wenn die die entsprechenden Fehler machen, kann es das gewesen sein. Also, beginnen wir. Wir haben eine sehr kalte Region. Wir haben Berge, Gebirge, hohe Luftfeuchtigkeit. Und das entspricht dem täglichen Leistungsbedarf einer Kälteexpedition. Also, wenn du in Skandinavien bei minus 10 Grad oder sowas draußen unterwegs bist, verbrauchst du oder verlierst du vergleichbar viel Wärme über die Kleidung, über das Arbeiten. Wir sprechen da von etwa 12 bis 15 Megajoule oder 3000 bis 4000 Kalorien je Tag. Kann jetzt ein bisschen variieren, wer mehr Muskel hat, wer Frau, Mann ist und so und fort. Aber einfach so als Hausnummer mal. Und in einer Gruppe ist es wichtig, dass man in einer Survival-Situation als erstes mal ein Staple sucht. Also ein Grundnahrungsmittel. Das Staple, das haben wir ja schon gefunden. Und dieses Grundnahrungsmittel hilft einem ein bisschen, dass man in den Hungerstoffwechsel reinrutscht. Was es ist, werde ich in einem anderen Video mal beleuchten. Also, man kann langsam aber sicher von sich selbst leben. Das dauert aber seine Zeit und dann ist man voll leistungsfähig. Das muss das Ziel sein, bis zum Ende voll leistungsfähig zu sein. Und dazu benötigt man dieses Staple. Man wird niemals den kompletten Energiebedarf über diesen Staple als Gruppe draußen bekommen. Das ist praktisch unmöglich in Regionen, in denen es mehr Pflanzen gibt und mehr Tiere. Oder so rum, kleinere Tiere und mehr Pflanzen. Und es ist in dieser Gebirgsregion ausgeschlossen, komplett ausgeschlossen, dass dort genügend Energie vorhanden ist. Wir nutzen da als Staple die Pflanze aus den Dirty Dozen, die Hagebutte. Daneben Bemerkung, dass die Hagebutte Vitamin C hat, ist völlig irrelevant. Spielt in dieser Zeit keinerlei Rolle. Für uns ist es interessant, dass sie Fruchtzucker, dass sie Energie enthält. Wir rechnen bei der Hagebutte vermutlich anders als die Bauchbinden in Seven Brothers White mit etwa 1000 Kilokalorien je Kilogramm. Und zwar aus dem Grund, weil das Heckenrosen sind. Die haben viele Kerne, haben relativ wenig Fruchtfleisch. Also die haben etwas weniger oder halb so viel Energie wie beispielsweise irgendwelche Fruchthagebutten, die für Tee oder zum Mousse machen verwendet werden. Hundrosen oder Kartoffelrosen haben sehr viel mehr Fruchtfleisch. Und wenn wir das jetzt hochrechnen, brauchen wir pro Person für den Energieerhalt dieser 12 bis 15 Megajoule bzw. 3000 bis 4000 Kilokalorien je Tag etwa 4 Kilogramm Hagebutten je Person und Tag. Und das entspricht 30 Kilogramm für die Gruppe am Tag oder etwa 400 Kilogramm, wenn es sich auf 14 Tage bezieht. 400 Kilogramm, das ist völlig unmöglich vor Ort zu bekommen. Hagebutten. Okay, es gibt noch vielleicht Wurzeln in der Region, andere Pflanzen. Wir sprechen jetzt noch nicht von Tieren. Aber in dieser Karrenregion geht es erstmal nicht. Und jetzt machst du bei Survival normalerweise etwas und das ist in dieser Situation nicht möglich. Du hast einen Bannkreis. Vielleicht erinnerst du dich bei der letzten Staffel, Staffel 3, weiß nicht mehr, war das Rumatra, glaube ich. Und die hatten dann irgendwann immer weiter laufen müssen, um an ihre Bären zu kommen. Die haben den ganz, ganz großen Fehler gemacht, dass sie sich keinen Bannkreis eingerichtet haben. Bannkreis bedeutet, du hast eine Survival-Situation und dann geht es dir erstmal noch gut. Du bist noch gut gesättigt vom Absturz, hast also noch Energie. Und dementsprechend bist du auch in der Lage, ein paar hundert Meter zu laufen, um dort Bären zu sammeln. Also ziehst du einen Bannkreis von, abhängig von der Region, 50, 100, 200 Metern und du sammelst Holz, Baumaterial und essbare Pflanzen nur außerhalb dieses Bannkreises. Und der Hintergrund ist, irgendwann geht es dir nicht mehr gut. Irgendwann bist du am Verhungern. Irgendwann bist du vielleicht verletzt und kannst dann nicht mehr so weit laufen, um dir die Bären zu pflücken. Und dann bist du froh, dass du innerhalb des Bannkreises nichts gegessen hast. Okay? Das ist in dieser Region nicht möglich. Wir haben hier schlicht und einfach keine Ressourcen. Wir müssen also mit Körperbauverbrauch rechnen. Muskulatur, Fettgewebe. Ein Kilogramm Fett hat in etwa 40 Megajoule Energie. Und zieht man da so ein bisschen die Effizienz der Beta-Oxidation, das ist der Vorgang, bei dem Fett verbrannt wird, ziehen wir das mal ab. Dann bleiben 60% davon übrig. Also ein Kilogramm Fettverbrauch in zwei Tagen mit diesem Energieverbrauch. Innerhalb von 14 Tagen sind das also 7 Kilogramm Fettverlust. Es haben nicht alle dieser Teilnehmer Fett am Körper. Man kann auch Muskel abbauen, Muskel verdauen quasi. Und diese Proteolyse, Muskel, hat weniger Energie. Also wir haben hier schon mal nur die Hälfte der Energie und die Effizienz ist noch geringer. Also würde man sehr viel mehr Muskel noch abbauen. Also 8 bis 10 Kilogramm Muskel. Wie sieht das also vor Ort aus? Wir haben auch Wildtiere. Da könnte man jetzt sagen, okay, gehen wir auf die Jagd. Wenn man alleine wäre, ja. Wenn man in einer Gruppe dort wäre, dann wird das Ganze schon schwierig. Weil eine Gruppe vor Ort, da verändert das Wildtier erst mal seine Verhalten zu weisen. Da geht mal einer der Gruppe an den Baumstamm zum Pinkeln. Da geht ein anderer von der Gruppe dort durch den Wald, um Pflanzen zu sammeln. Man hat dann keinen Überblick mehr, wo die Tiere sind, wenn Tiere vorhanden sind. Und dann kommt da noch mit rein, dass wir da ganz, ganz große Mengen tatsächlich auch fangen müssten. Bei sieben Personen. Wenn wir also einen Fluss haben, da sind zwei, drei kleine Forellen drin und man kriegt die mit relativ wenig Energie raus. Wunderbar, dann hat jeder ein kleines Stückchen. Aber energietechnisch macht das ganz wenig aus. Da ist es einfacher, sich den Staple zu organisieren, also die Hagebuten zu sammeln. Wenn man jetzt aber beispielsweise, um an diese Forellen dranzukommen, einen Tag lang barfuß in vier Grad kalten Wasser rumstapfen müsste, dann ist das Selbsttötung. Das ist ganz klar, das zieht dann so viel Energie, dass egal wie viel Fisch da rausgeholt werden würde, das ein negatives Energielevel hätte. Also es macht keinen Sinn. Das sieht ganz ähnlich aus mit dem Fangen von Hasen beispielsweise. Wenn du einen Hasen hast, für sieben Personen ist es nicht wirklich viel. Vor allem für zwei Wochen oder für eine Woche, je nachdem wie lange die Leute drin sind. Alles gut. Aber wenn du mit der Gruppe dann dafür, keine Ahnung, zwei Kilometer durch den Wald treiben musst, um an so einen Hasen ranzukommen, macht das keinen Sinn. Also da macht es nur Sinn, wenn man passiv an die Tiere drankommt. Es ist davon abhängig, wie viele Tiere vor Ort sind, wie viel Nahrung vor Ort ist, wie die Tiere dann sich vielleicht auch an den Menschen gewöhnt haben oder nicht, ob man dann an Tiere drankommt oder nicht. Aber die Regel ist, man versucht an Tiere dranzukommen, man versucht auch an große Tiere dranzukommen, wenn der Energieverbrauch das zulässt. Und da gilt normalerweise, dass aktive Jagd mit wenigen Ausnahmen, also wenn du ausser, du hast ein Schießgewehr dabei, buchstäblich, dass es sich nur sehr schwer energietechnisch verargumentieren lässt. Das heißt, es lohnt sich meistens nicht. Aber das heißt ja auch noch gar nichts. Das ist jetzt nur die Einschätzung quasi eines Survival-Experten von außen, der diese Information hat, die er jetzt in den Videos gesehen hat. Was aber klar ist, die vielen Wildtiere vor Ort müssen kein Vorteil sein, weil die für die Menschen vor Ort ja auch Konkurrenten sind, und zwar Nahrungskonkurrenten. Wer Survival macht, der beschäftigt sich erstmal mit essbaren Pflanzen und in zweiter Stufe mit dem Topping, mit den Beilagen. Und wenn andere Tiere auch gerne Pflanzen fressen, also Pflanzenfresser sind, dann wird das Ganze knapp. Das ist klar. Also hängt es von der Wildtierdichte ab, es hängt von der Pflanzendichte ab, es hängt auch davon ab, wie viel Hunger die Teilnehmer haben, wie viel Fett die am Körper haben. Es gibt meines Erachtens also nur zwei Möglichkeiten in diesem Setting. Die Möglichkeit Nummer eins ist, man zieht alleine los, trennt sich von der Gruppe und macht sein Ding. Da hat man die Möglichkeit, für sich selbst einen Bandkreis einzurichten, an einem anderen Ort Pflanzen zu sammeln, an einem anderen Ort, und man kann sich auf die Jagd konzentrieren. Weil viele Dinge, die in der Gruppe passieren, wegfallen. In einer Gruppe spielen nämlich gruppendynamische Vorgänge eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es gibt so dieses Gruppengrooming. Man sitzt am Lager vorher, man erzählt sich Geschichten, man kümmert sich umeinander. Und das ist in einer Survival-Situation extrem wichtig für den Zusammenhalt. Auch um abzuschätzen, wie geht es dem anderen? Ist da vielleicht irgendetwas im Argen? Hat er Probleme? Das kriegt man da raus. Das heißt, in einer Gruppe ist der Zeitverbrauch durch die Gruppe sehr viel höher. Da kann man dann sehr viel weniger Dinge machen. Aber es ist eben ein eigenes Survival-Szenario. Ein realistisches Survival-Szenario. Ultra-realistisch. Hat nichts mit Dschungelcamp oder sowas zu tun, sondern diese Situationen sind immer wieder vorgekommen. Bei Flugzeugabstürzen, bei schliffbrüchigem, you name it. Also das ist ultra-realistisch. Und deshalb auch Teil des Survival-Szenarios. Diese Survival-Psychologie, Gruppendynamik etc. Also, wenn du alleine unterwegs bist und du gelernt hast mit deinem Victorinox, wenn du nicht mehr brauchst, draußen zu leben und richtest dir deine Hütte ein und hast abends Langeweile, kannst du versuchen Fische zu fangen, kannst du versuchen zu jagen und so weiter und so fort. Diese Zeit fällt in einer Gruppe weg. Also gibt es meines Erachtens nur eine Entscheidung, die man fairerweise machen kann. Entweder man verzieht sich von der Gruppe. Was? Wenn ich in so einer Situation bevorzugen würde. Neutral gesprochen. Ich habe, wie gesagt, 20 Jahre habe ich diese Seminare gemacht. Ich habe keinen Bock mehr auf so Lehrergeschichten. Okay? Oder aber man bleibt bei der Gruppe. Und zwar bei der Gruppe, mit der Gruppe, für die Gruppe. Keine einzelnen Geschichten, sondern man bespricht sich mit der Gruppe, man gliedert sich ein, man sucht seine Rolle, man hilft mit. Da, wo man seine Möglichkeiten sieht, die füllt man auf. Und das ist das Spannende an diesem Setting, das wir haben. Wir haben eine irrsinnig begrenzte Ressourcensituation. Wir haben zusätzlich eine Gruppe, die gemeinsam ausgesetzt wurde. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es Menschen, die erfahren sind, Gruppenteilnehmer, die weniger erfahren sind und Gruppenteilnehmer, die überhaupt nicht erfahren sind. Da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten. Alles, was ich jetzt gesagt habe, nochmal, ist aus dem Standpunkt heraus, wie ich es mit dem Wissen, was ich durch die Ankündigungsvideos von Fritz, beziehungsweise vom original, vom offiziellen Seven vs. White Kanal habe, weil man nicht versucht, die richtige Richtung geht, da verlinke ich den wieder. Abonniert ihn bitte gerne. Nur mit diesen Informationen kann ich das jetzt herausfinden. Ehrlich wie wenn der Mann im Wald die Rosen gesehen hat und gesehen hat, dass dort alles voll mit Schiefer ist und dementsprechend seine Informationen daraus suchen könnte und die Scheinbuchen, die hätte ich beispielsweise überhaupt nicht erkannt, haben wir vor Ort eine Survival-Situation, die für eine Gruppe unglaublich anspruchsvoll ist. Und zwar für alle. Und da ist wirklich die Frage, lohnt es sich, in der Gruppe zu bleiben oder lohnt es sich eher abzuhauen und sein eigenes Ding zu machen? Ich kann beide Situationen, beide Entscheidungen komplett verstehen, nur die muss dann halt auch durchgeführt werden. Das heißt, ich kann nicht abhauen und dann zwischendurch immer wieder zum Essen kommen. Das ist nicht cool. Das wäre mein Take. Du hast gesehen, ich habe diese Situation vor Ort jetzt völlig neu eingeschätzt, und zwar aus dem Survival-Standpunkt heraus. Wir haben jetzt nicht mehr viele Hagebutten vor Ort, sondern wir haben extrem wenige Hagebutten. Für sieben Personen ist es wenig, extrem wenig. Reicht niemals aus. Sieben Personen benötigen ein Feuer. Das heißt, auch wenn wir einen Wald in der Nähe haben, man benötigt viel Feuerholz. Man benötigt Notunterkünfte möglicherweise. Sieben Notunterkünfte zu bauen, oder eine Notunterkunft für sieben Personen, ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du nachmittags im Wald beim Buschkraftfilmen dir eine Notunterkunft baust. Das sind riesengroße Unterschiede. Die Gruppe macht alles aus. Die kann alles kaputt machen. Die kann es aber auch so unendlich realistisch machen. Nochmal, hier sind in diesem Video keinerlei Spoiler. Du kannst versuchen, irgendwelche Informationen rauszuziehen. Du wirst keine herausfinden. Ich habe nichts erklärt, was du nicht aus den anderen Videos verstanden haben könntest. Versuch es deshalb gar nicht. Also, es ist kein Spoiler. Ich spoiler nicht in meinen Filmen. Und wenn ich unsicher bin, dann spreche ich das mit der Orga ab. Okay? Also, was ist dein Take? Würdest du bei der Gruppe bleiben, oder würdest du dein eigenes Ding machen? Kannst du vielleicht sogar einfach mit dem Victorinox draußen überleben und brauchst nicht sehr viel mehr? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Auch, ob du der Meinung bist, dass man innerhalb dieser Gruppe einen Vorteil hat, wenn man zusammenbleibt, oder ob man einen Nachteil hat, wenn man zusammenbleibt. Sowohl als Anfänger, als auch als Erfahrener. Und wer tatsächlich bei der Gruppe geblieben ist? Wer wann ausgeschieden ist? Das erfährst du natürlich erst in der Hauptserie. Und ich bin unglaublich gespannt, weil ob du es glaubst oder nicht. Vielleicht weiß ich selber gar nicht, wer wann rausgeflogen ist. Das ist das, was du bei der Gruppe geblieben ist. Das ist das, was du bei der Gruppe geblieben.